Pax Day Charaktererstellung. Heute schauen wir uns mal an, wie man einen Charakter erstellt und wie man den Server auswählt, auf dem man dann im Idealfall mit seinen Freunden zusammen zocken will. Also, unten links in der Ecke finden wir Create a new character und da klicken wir dann auch einfach mal drauf und dann geht es auch schon los. Wir haben hier oben zwar die Welt stehen, müssen hier allerdings erstmal noch nichts machen, zumindest ist es so in der frühen Alpha Phase. Danach geht es hinter mir auf Continue und dann haben wir hier eine schöne Auswahl und Übersicht an verschiedenen Vorgaben der Charaktere, also verschiedene Basics, wie die halt jetzt schon mal aussehen und die können wir dann im Nachhinein auch noch verändern. Hier gibt es noch weitere und noch weitere, also man hat eine ganz gute Auswahl an Basics, auch wieder hier hinter mir Continue und die können wir dann immer noch weiter variieren und können dann sagen, okay, mir gefallen vielleicht die Haare gerade noch nicht so ganz. Das können wir noch ein bisschen ändern, können wir zum Beispiel hier so einen langen Zopf mit dran machen, dann können wir am Gesicht auch noch ein bisschen variieren und so weiter. Also da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten eben jetzt hier die Gesichter so anzupassen, wie man es gerade für schön hält oder wo man sagt, ja, so soll der Charakter für mich aussehen. Augenfarben natürlich noch ändern, so einfach mal gerade oder so leicht schräg, ich glaube, da sieht man noch mal ganz gut. Gehen wir da einfach mal rein, Augenbraun, also ganz viele Anpassungsmöglichkeiten. Näher ranzoomen kann ich jetzt gerade nicht weiter, auch da die Farbe können wir noch ein bisschen ändern. Hier gehen wir nochmal rein, Shadows, Eyeshadows, können wir hier auch noch machen. Machen wir mal vielleicht nur so einen leichten Eyeshadow, vielleicht nicht ganz so übertrieben. Auch hier dann wieder die Farben anpassen. Also da gibt es jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Gehen wir mal so ins Dunkle hier einfach rein. Einen Eyeliner kann dann auch noch extra dazu. Also ganz, ganz viele Spielereien, wo man sich dann wieder stundenlang mit befassen kann und beschäftigen kann, um seinen idealen Charakter sozusagen zu herstellen oder so zu herstellen, wie man denkt, ja, so soll er, so soll sie aussehen. Gucken wir mal eben hier, die Lippen kriegen wir doch auch noch hin. So, gehen wir mal mit so einem Glanzeffekt, jawohl. Machen wir mal nicht ganz so doll. Intensivität machen wir auch ein bisschen runter. So. Und auch hier natürlich wieder alles einfärben, wie man es will. Auch dann von der Körperform, das kann man dann natürlich auch alles einstellen. Ähm, in alle möglichen Variationen, wobei man das vielleicht sogar als erstes macht, denn da ändert sich natürlich auch alles, ne. Gesicht, komplett. So, gehen wir mal einfach so ein bisschen, genau, einfach mit ein bisschen mehr Muskeln und ein bisschen mehr Masse rein, denn das Ganze wird ja hier auch anstrengend. So, dann, Gesichtsfarbe können wir auch noch anpassen. Perfekt. Habe ich eigentlich die Haarfarbe angepasst? Habe ich noch gar nicht gemacht. So, da gehen wir auch noch rein. So, dele. Skin haben wir auch angepasst. So kleine Sommersprossen und Besonderheiten in der Haut, die kriegen wir auch noch hin. Jawohl. Und wir könnten natürlich auch noch Tätowierung machen. Gucken wir mal. Das ist jetzt nur was an der Seite. Hier fehlt vielleicht noch so eine kleine farbliche Änderung. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Aber, naja, muss ja auch nicht. Aber das wäre hier dann auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, und dann kann es auch schon losgehen. Auch wieder direkt hinter mir. Continue. Dann erstellen wir hier nochmal einen Namen. Nehmen wir jetzt hier einfach mal testweise sowas wie, machen wir einfach mal hier Fiona. So, continue. Und dann haben wir die Auswahlmöglichkeit zu sagen, okay, wo zocken denn jetzt hier die Kollegen? Mit wem zockt man zusammen? Dass man sich hier dann eben eine Region aussucht. Wir sind jetzt gerade zusammen auf Ancien. Und dann hier eben in der Region Amanak. Also, hier oben in der Region rennen wir gerade rum. Aber wenn man dann eben eine andere Region sich halt ausgewählt hat und sagt, alles klar, wir wollen hier starten. Guck mal, hier ist auch zum Beispiel schon mittelvoll in der Region. Ne, also dementsprechend sieht man dann eben auch, was los ist. Ist auch hier Marian, Dawn auch ziemlich voll schon. Und ja, dann erstellt man eben hier seinen Charakter in der Region. Geht auf Create Character. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann lockt man mit dem Charakter ein. Landet dann in der Welt. Und dann geht es los. Ganz wichtig für die Charaktere. Also, jeder Charakter hat trotz allem nur einen Plot. Beziehungsweise der gesamte Account hat ja nur einen Plot. Und diesen Plot, das ist eben die Area, in der man eben sicher bauen kann. Bedeutet also, wenn du jetzt mehrere Charaktere erstellst, kannst du nicht 5, 6 verschiedene Plots dir einfach bauen oder erstellen. Und hast ein riesen Gebiet abgesichert. Sondern du hast immer nur deinen einen Plot. Und so musst du dann eben auch zusehen, dass du deinem neuen Charakter hier, so, dass du ihm dann eben auch die Rechte gibst, in diesem Plot zu arbeiten. Und dass man dann eben, oder die Rechte überträgt sozusagen. Na guck, vor ein paar Tagen war hier noch nichts los. Hier bauen schon mittlerweile welche direkt in der Nähe von dem Spawn. Und wir haben gerade Abendstunden. Das ist natürlich dann auch ein bisschen tricky, in der Nacht dann hier den Weg zu finden. Aber ich glaube, da unten ist schon einiges los. Ja, da tut sich schon einiges. Direkt hier in der Nähe, wie gesagt, vom Spawn. Hatte ich auch im letzten Video schon gezeigt. Und ich glaube, man sieht schon ein bisschen Veränderung, was sich hier so alles tut. Und wir sind ja mit dem Clan einfach hier oben in der Area gerade aktiv. Auch eine Area, wo man richtig gut bauen kann. Und vor allem von den Ressourcen her. Hier ist nochmal eine Area mit wahnsinnig guten Ressourcen. Das ist halt auch immer interessant, dass man sich dann eine Area raussucht, die eben alles bietet, was man braucht. Ja, so viel dazu zur Charaktererstellung, Serverauswahl. Und dann legt man eben los mit seinem Charakter. Man sucht sich als erstes die ersten Materialien, das man schon mal bauen kann. Und dann drückt man Tab und geht eben ins Craften rein. Danach sucht man vielleicht seine Freunde und guckt dann hier unter Clan. Sucht dann hier Find a Clan. Und dann guckt man hier mal, sind die ganzen verschiedenen Clans. Und hier haben wir zum Beispiel den Clan Raft, wo ich jetzt gerade mit drinne bin. Und dann kann man da drüber eben auch eine Anfrage stellen, wenn man da beitreten möchte. Eine andere Möglichkeit wäre es jetzt natürlich hier ein Clan zu kreieren. Create a Clan. Hier dann eintragen. Und dann wird der quasi kreiert. Und dann können sich eben die Kollegen und Freunde bei dir quasi mit anschließen. Und dann bildet ihr so euren eigenen Clan. Und dann geht es los. Ja, so viel zur Charaktererstellung und Serverauswahl sowie Clan-Erstellung. Und ja, jetzt heißt es rein ins Game, sobald du kannst. Und loslegen mit dem Game. Schon mal die ersten Sachen testen. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und ich bin gespannt, wann es hier vielleicht in eine Beta-Phase des Games gibt. Was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen alles passiert. Es gibt täglich oder fast täglich gibt es Patches, Veränderungen, Neuigkeiten im Game. Also es wird einiges gemacht. Und ich bin mega gespannt, wie sich das Game noch in den nächsten Wochen entwickelt. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder auch mal im Livestream auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig immer ab 19 Uhr. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.